Das erste Mobiltelefon der AEG kam 1989 zur Messe nach Genf. Dieses Gerät hat eingeschlagen wie eine Bombe auf der Messe, weil es schon alles hatte, was die modernen Telefone haben. Man hatte eine SIM-Karte, die konnte man hier oben einstecken. Und die Reichweite war dafür gemacht worden, um größere Zellen zu haben. Man hat sich gar nicht vorstellen können, dass man wie heute Zellen hat, die nur ein paar hundert Meter groß sind, sondern die Zellen hatten durchaus 20, 30 Kilometer Größe. Und jetzt ging es eigentlich im Wesentlichen darum, eine neue Generation zu bringen, die einfach schlanker und schicker ist. Und da haben wir hier das zweite Gerät. Das ist das AT901. Das ist die Folgegeneration, das sieht schon viel schlanker aus und hat auch einen Griff, sehr schön eingearbeitet, ist viel leichter als das andere und hat auch schon erheblich weniger Komponenten. Das war auch ein Autotelefon und hatte genauso wie dieses eine Sendeleistung von 8 Watt. Man konnte also in den großen Zellen ganz hervorragend funken und empfangen. Dieses Gerät kam 1993 in den Markt. Ein Jahr später schon gab es das erste Handheld, das erste richtige Handy. Also kann man schon sehen, es lässt sich gut in der Hand halten. Es ist auch relativ leicht. 250 bis 300 Gramm hat es gewogen. Und die Batterie hat 450 Milliampere Stunden. So zum Vergleich, die heutigen Smartphones, da reden wir über 3.000 oder 4.000 Milliampere Stunden. Das ist ein Zehntel der Kapazität von dem, was man heute hat. Das Gerät konnte immerhin schon 12 Stunden Standby-Zeit haben. Also man konnte einen Arbeitstag, konnte man erreichbar sein. Und auch dieses Gerät hatte einen Signalverarbeitungsprozessor und war von der Technik her angelehnt an sein Vorgängermodell. Die Nachfolgegeneration nach dem HT901 ist das HT911 schon kompakter noch als das Vorgängermodell. Und das Besondere hierbei war, man konnte noch die Antenne rausziehen, um einen besseren Empfang zu kriegen. Das Gerät war dann 1995 auf dem Markt. Und zu dem Zeitpunkt bin ich dann auch mit in dieser Handyentwicklung dabei gewesen. Und wir haben für die verschiedenen Kunden, die wir hatten, haben wir verschiedene Muster gebaut. Also waren die Produkte gebaut. Das eine ist für den europäischen Markt. Dann haben wir hier ein Gerät, das war für den amerikanischen Markt. Da gab es etwas Größeres zum Festhalten, das war gewünscht. Dann kommen wir zur Generation, die 1997 in den Markt ging. Das war die letzte, die auch in die Produktion gegangen ist. Und das war das Teleport 9082 oder wie es hausintern hieß, das HT920. Dieses Gerät hatte ja einige besondere Features. Und zwar konnte man das Gerät im Freisprechmodus nutzen. Das war das allererste Mal, das allererste Handy auf der Welt, das einen Freisprechmodus hatte. Man hatte hier oben einen Knopf, wenn man da drauf gedrückt hatte, dann wurde auf Raum Mikrofon und Raumklang umgeschaltet. Das haben wir auch vielfach genutzt. Und das war der Charme von diesem neuen Gerät. Das Besondere war dann tatsächlich, sobald man in die Nähe kam und es hier dunkel wurde, schaltete das Gerät wieder um. Und dann wurde es leise und man konnte es dann wirklich ans Ohr nehmen. Mit dem Akku, den wir hier hatten, das war der erste Lithium-Ionen-Akku, waren wir tatsächlich in der Lage, eine Standby-Zeit von 160 Stunden zu haben. Also wir kamen schon fast mit einer Arbeitswoche hin und es ist so, dass die Konkurrenz im Vergleich dazu mit der gleichen Akkuleistung ungefähr 40 Stunden schaffte. Das heißt, wir hatten hier wirklich einen Wettbewerbsvorteil mit dieser hochintegrierten Schaltung.